Oh, Lady Blue! Der Schluchz. Diesmal hat er Herbert verspeist. Er war so grauenvoll. Der arme Herbert. Stets war er so finster und deprimiert. Was für ein großartiger Behu. Oh nein, nicht Herbert, aber Tuber Bluva. Er muss aufgehalten werden. Halt mir alle zu. Fürchte nicht. Wir sind hier um Tuber Bluva ein für allemal zu besinken. Dieses Muster hat seinen letzten Behu mal zu sich genommen. Oh Lady. Oh, das ist inspirierend. Aber ihr wisst, dass man ihn dem unbeziehbaren Tuber Bluva nennt. Bitte seid vorsichtig. Ja, schön. Können wir hier in die Häuser rein? Nein. Aber ich lese das nicht alles vor. Das wäre eine Sekunde mal. Jetzt ist es besser. Ich musste gerade niesen und da kommt der nächste. Moment. Das ist besser. Wunderbar. Aber ja. Das ist besser an... Das ist sozusagen, wo man wusste, dass du die Leisen immer... ... nehmen kannst, weil der mich ein bisschen bewegt. Oahhh. Was ist denn jetzt los? Warum muss ich denn jetzt schon wieder niesen? Das ist Wahnsinn. Du kannst dich jetzt nicht einsetzen, wenn du dich entschlafen gehen und verweichern willst, weil das wüsste ich schon. Kann man so gehen, aber... Scheiß doch der Mund drauf, was bist du? Ich lasse dich zu lösen... Ich bin jetzt... ... auf das Herz mit mir... ... wenn es er weggehen wollte... ... äh... ... voll... ... ok... Oh mein Heiliger... ... damals bin ich so drin, aber... ... ouh... ... lalalala... ... was ist mit dir? Hallo! So, du wirst an Tuoruba vermöbel, oder? Ja, breche uns. Wir werden alle... Nie wieder soll er sich an einen Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an... Oh nein, Tuoruba kommt. Versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Mario, ihr müsst uns verstecken. Hetzt meine Kraft ein, sofort. Oh je. Oh nein, er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall, keiner hat euch nicht sehen. Oh je. Oh, ein Umdommonster. Hm, sieht lecker aus. Komm mir gerade nicht. Ein bisschen steig, aber gut. Oh nein! Stay in lay! Was für bescheiden Namen die alle haben. Also für Geister, für Boofus. Äh, von allen schrecklichen Dingen. Hinterher! Verfolg den! Was ist das? Oh, ne Münze. Äh, Moment! Haaa! Die sind... falscher Knopf. Die sehen anders aus. Komm her! Bums! Hup-da-hup-da-hup! Okay! Scan den mal bitte! Das ist eine Hyper-Kirk! Sie verfügen über eine Hochverteidigung als Normal. Ja, das weiß man nicht. Ähm, warum können die sich alle aufmachen? Was soll denn das? Ähm, kann man wenigstens ein bisschen schaden. Bums, ein Schaden. Wow. Wow. Eeeh. Lüttglied wechseln. Uh. So. Unsichtbar. Oh, verstecken ist angesagt. Hoho. Das hat nicht geklappt. So. Nochmal den Hammer. Nochmal den Hammer. Du musst... Okay, er lädt sich schon wieder auf. Ich glaub ich muss den Hammer doch... ...n paar Hammer-Orden mal hier anlegen, weil... ...ich glaub der Hammer bringt ja mehr als... ...so aufweigen bringt nichts, weil er so ne hohe Verteidigung hat. Ah, so hört so. Yay. So und das passt jetzt auch mit ihm. So. Wir kriegen für dich. Mach's schon mal ein bisschen... Ach, hier wird jetzt das. Yay, noch 3. Dann haben wir den Level Up. Ich weiß nicht, was an was ich geben soll. Äh, ich kann ja mal ganz kurz den Orden überprüfen. Mal sehen, was haben wir für den Hammerschlag? Plus. Erdbeben. Hammerwurf. Äh, den Doppelgriff kann ich erstmal wieder raus tun. Der ist voll und... ...marsch. Schon gerade mal wieder. Ich hab das auch so alles zurückgestattet. Speedwärme, Sound... ...sauber aus... ...oh, wir sind sowieso total. Mal, kann auch ein Stachliegen. Wie das spüren wir dabei... ...ein... ...schlazen hier. Ich tu mir nichts unheimlich mach. Was soll ich denn mal rein tun? Ich könnte das Erdbeben da rein tun. Hm. Das Erdbeben... Ich tu jetzt mal das Erdbeben rein. Warum haben wir noch einen Schwirrwarr, das würde ich mir jetzt einfach nur wissen können. So, ein paar Erdbeben... ...kudum... ...lalalalalalalalalalalalalala... ...what? Ach, Moment, dann ich Power-Carry dann, äh, den anderen... ...Cooper! Yo! Schwirrwarr! Äh... Wir reiben mal wieder eine Pompette hier durch. Ist nicht ganz. Haha! Mann, no! Was soll der Mist? Okay, für die kann ich auch, äh... ...schell ich den besten Coupon nehmen nachdem, was er jetzt kommt. Ähm, ja. Sprung nach Ina... ...sprungs... ...sprungs... ...nach 3... ...nach 3... ...nach kommt der Power-Panzer. ...dun... 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 ...mach ein... ...dun... ...dun... ...der charget sich, äh, der charget sich auch dann... ...ähm, mit die Knessel... ...dun... ...und eine Rosigbar machen bitte, weil das wäre ein bisschen viel Schaden. ...bisschen sehr viel und das schütze ich mir erst mal was zu trinken ein. Was ist das, meine Cola-Mix? Mal wieder. Yay. Das war nix. So. Ersprungen. Rumps. Rumps. Ja, du kannst ja jetzt für uns chargen. Du kannst ja nicht darauf achten, wieviel Schaden macht sie eigentlich mit ihrer Ohrfeige. 1. 2. 3. 4. Yay. Blähling, warte, warte. Warte, warte. Das war Pfeil. Warte, Warte und Warte. Warte, warte, Warte. Ich weiß schon nicht, Warte. Ich weiß schon nicht die Warte. Nein! Vergiss das Scheiß-Trocken-Wilds! Nein! Vergiss das Scheiß-Trocken-Wilds! Hä? Wieso traf ich die Hinsichtbarkeit zu passen? Okay, Mensch! Ein Brief! Und wenn ist der denn noch? Ah? Was ist er? Äh... Heißt hier... Haha! Okay, äh... Der Linder aber trägt 17,5. Und zwar den hier. Nein, das war nichts. Ähm... Müssen wir anders machen. Ist das nicht geklappt? Weil ich zu schnell weggelaufen bin. Nein! Ähm... Komm her! Ne? Das war auch nichts. Hallo! Mann, no! Das ist doch nicht wahr! Mann, no! Das hab ich jetzt davon! Ne? Leck mich am Arsch hier! Meine Powerbombe! Mh... Äh... Er liegt auf dem Kopf. Llerini auf pensar. In der ause ... ... Der guckt! Sauber! Nö? Oh! Well, der guckt! Was 되는데, der guckt! Die intenteste der guckt! Können wir da ... Die schwarze ... Was? Je soение f kar天 ... Was stellen ins Vorsけ? Puff! Wunderbar! Ich glaube, wir kriegen hier nach dem Kapitel hier, von dem stehen die eine der besten Sternattacken. Ach, fisch dich! Hey! Das ist klar! Kannst du die treffen? Natürlich nicht! M... 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 M, M, M... Ja! Ja! Aber sonst waren wir wirklich einen langen Kampf vor uns. Einfach nur, weil ich es kann und auch weil ich es machen muss wahrscheinlich nicht. Weil mindestens einer von denen wird sich da jetzt aufschargen. Oder auch nicht. Das war nix. Okay, ähm... Oh, ja. Ja! Ups! Oder überhaupts! Alle ersten! Ah, geht auch so! Juhu! Ja! 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 Ja, okay! Und, abs! Wir scheinen ein gutes Level für hier zu haben, weil so extrem schwer sind die Gegner jetzt nicht. Das ist ausnahmsweise auch mal ein längerer Kampf, weil ich die Momme hier nicht einsetzen kann. Dann fangen wir heute später noch ein paar Artige Glied. So. Oh, es ist Charging. Es fällt hier wieder früh rein. Sprung. Bums. Bums. Und tschüss. Schön.